Seht ihr das? Diesen wunderschönen Koffer? Ich glaube, ihr wisst, was es heißt. Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und ich darf euch herzlich begrüßen. Zum allerersten Vlog von meiner Los Angeles Reise. Ihr habt richtig gehört, es geht für mich nach Los Angeles und es geht nicht irgendwie nach Los Angeles. Es geht zum fucking Rolling Loud in Kalifornien, in Los Angeles. Ich weiß, ich muss das selber erstmal ein bisschen verarbeiten. Ich kann es auch noch gar nicht richtig realisieren. Ich glaube, ich checke es auch wirklich erst, wenn ich dann vor Ort bin. Aber es geht für mich wirklich zum Rolling Loud und es werden einfach unfassbar krasse Vlogs. Wir sind insgesamt eine Woche in Los Angeles, davon bin ich die ersten drei Tage auf dem Festival und danach haben wir nochmal vier Tage mit Mietwagen etc., wo wir noch ein bisschen Los Angeles unsicher machen. Also es gibt unfassbar krassen Content. Ich war mir ein bisschen unsicher, mache ich Daily Vlogs, mache ich irgendwie zwei große Vlogs, einen von Rolling Loud, einen von Los Angeles. Dann habe ich euch im Stream gefragt, ihr wolltet alle, dass ich Daily Vlogs mache. Das heißt, ihr bekommt Daily Vlogs und das ist der erste. Ich denke, ich werde die ein bisschen Zeit versetzt hochladen, weil ich schaffe das nicht in Los Angeles auch noch jeden Tag ein Video hochzuladen, aber ihr bekommt Daily Vlogs von dieser Reise. Und heute haben wir den Anreisetag, wir kommen Ortszeit 16 Uhr in Los Angeles an. Das heißt, wir haben da auch noch so grob den abendhalten Tag. Ich bin hyped, es wird unfassbar krass. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Lasst den Raum nach oben da und ich würde sagen, wir legen los. Nicht viel labern, ich muss auch meine Bahn bekommen. Ich frage mich gerade, wann ich das letzte Mal zum Flughafen mit der Bahn gefahren bin, wo die Bahn keine Verspätung hatte. Grüße gehen raus an die Deutsche Bahn. Wieder 15 Minuten Verspätung. Ich hoffe, ich verpasse meine Anschlussbahn in Köln, sodass ich meinen Flug in Frankfurt verpasse. Wäre schön. Wir sind in Köln und jetzt geht es hier in die Nice und dann geht es ab nach Frankfurt zum Flughafen. Ich glaube, ich habe jetzt seit dem Bahnhof in Köln nichts mehr gefilmt, aber wir sind mittlerweile am Gate unseres Fluges. Unser Flug geht, glaube ich, in circa 10, 15 Minuten. Ich glaube, ich hole mir jetzt noch irgendwas zu essen, weil wir haben mittlerweile, ich glaube, 12 Uhr oder so. Ich habe noch nichts gegessen und bis wir ein Flugzeug essen bekommen, dauert auch ein bisschen. Dementsprechend mal schauen, was es hier so gibt und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Flugzeug wieder, weil sonst soll ich jetzt hier filmen, ne? Wir sehen uns im Flugzeug. Jetzt geht es 12 Stunden nach Los Angeles. Es wird ein sehr, sehr waker Flug. Wir fliegen mit einer sehr komischen Airline, nennt sich Vamos Air. Noch nie gehört. Sehr, sehr sassy alles. Die Leute, die sich auch fragen, wem ich hier nach Los Angeles fliege, der einzig wahre Marco. Das ist der Bro, der auch auf Hawaii war, der sein Auslandsvester da gemacht hat, den wir besucht haben. Er dachte sich, Deutschland, Bock gar nicht, kommt wieder mit. Und jetzt wird es in 12 Stunden beschissener Flug. Und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz meine Aussicht, weil das ist bodenlos für 12 Stunden. Das geht gar nicht. Schön mit den Knien an den Sitz. So die nächsten 12 Stunden. Sehe ich mich auf jeden Fall. Nice. Essen ist da. Wir haben ein Babybel, die härteste Launstange oder Brötchen, das ich je hatte. Pudding, Sauerkraut und Penne Arabiata. Ich mache mal ganz kurz hier ein kleines Unboxing. Ziehen wir uns jetzt rein. Wir fliegen noch 10 Stunden 26. Die erste ist jetzt auf und ich hoffe, dass danach ein bisschen schlafen kann. Irgendwie so zwei, drei Stunden. Zwölf Sekunden später. Also Fazit vom Essen war ganz gut. Also für ein Flugzeugessen war es ganz gut. Der Pudding sah auf jeden Fall mies korrupt aus am Anfang. Aber der war auch ganz okay. Jan ist schon mies past. Wir haben jetzt noch 7 Stunden 17 vor uns. Bis jetzt sage ich ehrlich, einer der beschissensten Flüge, die hier hat unfassbar unbegeben. Gar keinen Platz. Ich gehe ja auch beim Schlafen hier. Ich habe überall fühlte Schmerzen, weil ich richtig liegen kann. Also liegen kann ich sowieso nicht, aber ich finde irgendwie keine gute Position. Ey, ihr wisst euch geben, mir airdroppt die ganze Zeit irgend so ein random, irgendwelche Bilder und ich habe gerade das hier empfangen. Aus der Toilette, Junge, what the fuck, Alter. Ja, was fickt der mir die ganze Zeit für komische Scheiße, Alter. Ich werde das jetzt zurück airdroppen. Seht ihr das? Das war eben, lamentern, ein bisschen aus Angeles. Da hinten sieht man das Hollywood-Zeit sogar schon. Yeah, 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 we made it. Das heißt, es ist einfach nur hoffen, dass die Border Control relativ schnell klappt. Letztes Mal habe ich hier übertrieben lange gewartet, weil da so eine krass Schlange war. Ich hoffe, es geht relativ schnell. Wir haben jetzt die Ortszeit irgendwie halb vier oder so. Und das heißt, wir haben eigentlich nicht mehr schnell hier rauskommen, noch den halben Tag. Sehr wichtig. Das ist der Wirt. Ich sage es euch. US Customs and Border Protection. Ja, ich weiß nicht. Was sagen wir hierzu? Könnte lange dauern, könnte schnell gehen. Oh, bitte, bitte. Also mein Bauchgefühl sagt mir, es wird eine ehrenlose Nummer hier. Es dauert auch immer mies lang, weil die halt wollen, dass ihr so Fingerabdruck macht. Ihr müsst sagen, warum ihr hier seid. Es geht. Schneller als gedacht. Wir sind ja schon da. War jetzt, glaube ich, so 15 Minuten oder so. Ich bin durch. Der Brodite muss noch ein bisschen kämpfen. Und das ist auch. Dicker, der ist irgendwie zu schwer. Sehr, sehr wichtig. Und jetzt haben wir alles abgehakt. Jetzt können wir endlich hier raus. Erste amerikanische Luft. Ihr könnt sehen, wir sind outside. Das Wetter ist wunderschön. Klarer Himmel, keine Wolken. Und jetzt suchen wir einen Shuttle zum Hotel. Shuttle gefunden. So schnell geht's. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Zeichen ist, dass wir am Hotel direkt mit einem Feuerwehreinsatz begrüßt werden. Aber hier sind wir. Allererster Eindruck. Wir haben einen Starbucks im Hotel. Einfach einen Starbucks da hinten. Worst Reaction? Ich bin sehr, sehr gespannt. Wow. Stark. Das ist voll groß, oder? Okay, wir machen einen kurzen Spat-Test. Alter, was ein View. Views stark. Erstes Mal liegen nach, weiß ich nicht, 17 Stunden unterwegs sein. Ich muss jetzt mal ganz kurz hier ein bisschen klarkommen, kurz chillen. Aber für uns geht's gleich wieder raus, weil wir wollen den Tag noch ein bisschen ausnutzen. Wir haben jetzt hier irgendwie 16 Uhr oder so, halb fünf irgendwie. Wir haben auf jeden Fall unfassbaren Hunger, habe ich euch schon im Flugzeug gesagt. Und hier ist, glaube ich, so zwei Minuten entfernt in den Outburger. Ich habe unfassbar Bock darauf. Ich habe mich so darauf gefreut. Und das werden wir auf jeden Fall ledigen heute. Wir sind, by the way, halt wirklich direkt am Flughafen. Ihr könnt es sehen. Da ist der Flughafen. Aber einfach aus dem Grund, dass das Festival von dem Hotel hier, ich glaube, zu Fuß fünf Minuten entfernt ist. Und dementsprechend ist das so von der Lage her für das Festival das Beste. Sobald das Festival vorbei ist, haben wir eh einen Mietwagen. Dann ist es auch egal, wo wir hinfahren müssen, weil da haben wir ein eigenes Auto. Ach ja, das ist by the way das Badezimmer. So sieht es aus. Hier, Waschbecken, Spiegel, Toilette, Dusche. Ich realisiere es auch noch gar nicht ganz. Einfach morgen, Rolling Love in Los Angeles. Ich bin gerade in Los Angeles, ich realisiere es irgendwie immer noch nicht. Aber das wird eine sehr, sehr, sehr geile Woche. You know what it is. We outside. Here at the airport. Going through the sunset. Wir sind auf dem Weg zu den Outburger. Der ist direkt da vorne am Flughafen. Ist auch ein relativ bekannter, weil da halt immer so die Flugzeuge entlangfliegen. Wir sind auch eigentlich komplett an der Primetime zum Sonnenuntergang. Wir gehen jetzt ein bisschen entlang, haben uns entschlossen zu Fuß hinzugehen. Sind so 20 Minuten insgesamt, glaube ich, jetzt gewesen. Und dann hauen wir uns diesen Burger so anders rein. Boah, wenn ihr wüsstet. Einfach feuerrot. Und da, naja, da haben wir es. Ich glaube, ihr könnt es im Hintergrund erkennen. Wir sind am früh angelangt. Innen- und Outburger. Nach sehr, sehr schönen Kulissen mit Sonnenuntergang. Mitgelangt. Und ich glaube, ein größeres L.A. Bild. Wunderschön. Dann werden wir jetzt essen gehen. Ich habe unfassbar Bock. Was sagst du? Ich bin gespannt. First, first try heute. Marki war noch nie bei In-N-Out Burger. Ich werde auch deine Reaction aufnehmen. Set mir das da rein. Let's go. Und es ist, glaube ich, sehr, sehr voll. Oh, yes. Oh, yes, yes, yes. Wow. Wow, wow, wow. Hier wird sich jetzt hingesetzt. Mit den Burgern. Mit der View. Ich glaube, das lässt sich sehen. First Ration von Marko. Allererstes Mal In-N-Out. Ich fange jetzt an mit dem Cheeseburger. Ich bin sehr gespannt. Du musst erst verarbeiten. Und das Ding ist, die kosten einfach 3 Dollar. 3 Dollar. Das ist im Verhältnis nur wenig. Das war sehr stark. Was gibst du 1 bis 10? Dope. 8,5. Schon stark. Ich habe mir jetzt hier einmal einen Double Double geholt. Und einen normalen Cheeseburger. Mein erster Byte. Also, ich weiß, wie die schmecken, aber... Komm. Wir erledigen es zusammen. So Papier mitgegessen, ey. Es wurde eingeatmet. Wir sind fertig. Ob ich satt bin? Weiß ich noch nicht. Aber gute Grundlage. Das Ding ist, wir sitzen hier. Und hier fliegen die ganze Zeit so alle... Ja, ich glaube, man hört es. Fliegen so alle 2 Minuten die ganze Zeit so Flugzeuge entlang. Und das ist einfach so eine krasse Kulisse. Ich werde jetzt gleich mal filmen, wenn das nächste Flugzeug kommt. Dann könnt ihr das mal sehen. Das ist... Bro. Wo sitzt du? Ist ein Burger und guckst dabei zu, wie hier Flugzeuge entlang fliegen. Im Sonnetaggang ist... Was soll ich sagen? Das ist der Vibe. Ey, das ist so gestört. Ich setze mir jetzt noch kurz bei Target rein. Der Beut hat nämlich seine Zahnbürste vergessen. Wir brauchen eine Zahnbürste. Ein bisschen was zu trinken, ein bisschen was zu snacken. So einfach fürs Hotelzimmer. Kann man die mal Sixer holen oder was? Ich glaube, die kann es auch einzeln holen. Sonst wird auch nicht hier der einzelne Preis stehen. Meinst du? Ja, ja, safe. Aber hier steht ja der Preis für Sixer. Hier ist ja der Preis für einzeln. Ein bisschen amerikanische Südigkeiten und so. Nerds, Sour Patch Kids. Okay, Reeses gibt es mittlerweile bei uns auch überall. Boah, die habe ich einmal geholt. So widerlich, Alter. Die schmecken wie Radiergummis. Aber ich bin auf der Suche nach... Oh mein Gott. Ich habe sie gefunden. Oha, die kenne ich gar nicht. Als Chips. Boah, welche nehme ich mir jetzt? Nitro? Was ist denn Nitro? Ja, ich nehme jetzt erstmal die ganz normalen Takis. Aber vielleicht... Oh. Cheetos kommen auch sehr, sehr gefährlich. Was machst du da? Shopping ist erledigt. Wir gehen jetzt nochmal zum Hotel. Packen das Ganze aus. Da bekommt ihr vielleicht noch ein kleines Lates Pickups, was wir alles gekauft haben. Und dann geht es für uns... Ähm... Dann geht es für uns... Äh... Ach ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Und dann geht es für uns zum Festivalgelände, weil wir uns da unsere Bändchen abholen. Damit wir die für morgen schon mal haben. Und... Ja... Was dann passiert, das weiß nur Gott. Erstmal geht es jetzt zum... Hotel. Wie versprochen, kleines Lates Pickup auf dem Hotelzimmer. Wir haben einmal... Hab ich noch nie getrunken. Gatorade Zero. Zero, wie so ein Allmann. Marco meinte, soll sehr, sehr krass sein. Ich bin gespannt. Dann haben wir einmal so Pretzels mit so Käseflavor. Einige liebten Takis Fuego. Die werden sich sowas von heute Abend im Bett gefetzt. Und dann noch, ne... Stay hydrated. Ein... Wasser. Jetzt geht es zum Festivalgelände. Da holen wir uns unsere Bändchen ab. Wenn wir es noch schaffen, rechtzeitig. Bis 20 wird das Ganze noch auf. Ist noch, glaube ich, so eine Dreiviertelstunde. Und... Ja. Wir befinden uns hier. Da ist das Festival. Im Hollywood Park. Am SoFi Stadium. Da gehen wir jetzt hin. Dings nur, wir haben gar keine Ahnung, wo wir jetzt genau hin müssten, um unsere Bändchen abzuholen. Aber wir werden es schon irgendwie hinbekommen. Kleine Planerinnerung. Ähm... Wir kriegen es zeitlich nicht gebacken. Das macht nämlich um 20 Uhr zu. Und wir packen es mit dem Uber erst irgendwie um 19.50 Uhr. Dann ist das ein bisschen zu stressig. Deswegen verstehen wir das Ganze noch auf morgen früh. Heißt, wir holen morgen früh vor dem Festival unsere Bändchen. Ich hoffe, das klappt alles irgendwie. Jetzt mal schauen, was wir noch machen heute. Ob wir einen Chilligen auf dem Hotel machen. Ob wir noch irgendwie rausgehen. Wir sind beide extrem fertig. Joa, was geht? Wir haben tatsächlich den nächsten Morgen gestern komplett verpeilt noch irgendwas zu filmen oder sonstiges. Haben ein bisschen gechillt. Dies und das haben uns ein bisschen Food Hotspots rausgesucht und sind dann einfach um 10 Uhr eingepennt. Beide komplett verklatscht. Waren einfach überall im Arsch von dem ganzen Tag. Sind eingepennt. Ich hab nichts mehr gefilmt. Aber ist auch sonst nichts mehr passiert. War halt der Anreisetag relativ unspektakulär. Aber den habt ihr jetzt auch noch als ersten Vlog hier. Das ist jetzt vom ersten Tag. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Vlog wieder, der von mir auch gesehen auch heute gleich direkt beginnt. Heute ist nämlich der allererste Festivaltag. Also dementsprechend wird es wild. Lasst ein Like da. Lasst einen Kommentar da. Lasst auch gerne ein Abo da. Und verfolgt die ganzen LA Vlogs. Es wird zu wild. Haut rein und ciao. Schau. 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 Schau.